Achtung, ich werde jetzt wahrscheinlich wie ein Mediashop Promoter klingen. Du bist ein Sneaker wie auch Final Fantasy Fan, dann habe ich genau das Richtige für dich. Puma hat sich nämlich mit Square Enix zusammengetan und sie werden eine Schuhkollektion rausbringen. Das berichtet die japanische Seite Sneaker Wars. Es wird zwei unterschiedliche Modelle geben mit jeweils zwei Farben. Insgesamt also vier Paar Schuhe, circa 118 Euro. Ich muss sagen, ich finde jetzt nicht so besonders, also mich hauen sie nicht um, aber vielleicht können da die Final Fantasy Fans mehr dazu sagen. Vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht gibt es irgendwie coole Details, die ich übersehen habe. Aber Final Fantasy ist halt nicht so meine Welt. 118 Euro finde ich, glaube ich, ziemlich okay. Ich kaufe mir alle drei, vier Jahre vielleicht ein paar Schuhe und preislich liegen die auch etwa da und die sind halt nicht gebrandet. Schreibt es aber gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.